Mein Name ist Jan-Peter Nonnenkamp, ich bin Kanzler und Geschäftsführer an der Universität Wittenherdecke und ich unterstütze die Kampagne für das Stadtradeln, eine bundesweite Aktion zur Verringerung von CO2. Ich finde eine großartige Sache, nicht nur Fridays for Future, sondern auch selber was tun. Und die ganze Aktion findet statt von 25. Mai bis 14. Juni. Ja, das Mitmachen ist total einfach. Man geht auf die Seite von stadtradeln.de. Dort kann man sich registrieren unter einem Benutzernamen und seine Kilometer dann auf zwei verschiedene Arten und Weisen registrieren lassen. Entweder über die dort erhältliche App oder man kann es auch manuell eingeben und natürlich versuchen wir so viel wie möglich Kilometer für die Universität zusammen zu bekommen, damit wir am Ende einen großen Beitrag zur Klimaneutralität geleistet haben. Natürlich bin ich auch selber dabei. Ich habe einen ziemlich langen Anfahrtsweg zur Universität. Ich komme von Dortmund, es ist fast eine Stunde, aber ich habe mir vorgenommen, im Zeitraum dreimal die Strecke hin und zurück zu schaffen und damit für diese Tage auf das Auto zu verzichten. Also sei auch dabei. ich möchte ihnen 2 1 da da ich da bla 2 auch de